Innerhalb der Kiste findet ihr einen kleinen, runden Gegenstand, der auf einem Kissen liegt. Wenn es hier unten ein Titan-Artefakt geben sollte, dann muss es das sein. Ihr beschließt, ihn zu Dr. Blum zurückzubringen. Dr. Blum zurück. Und? Hat sich unser Schuss ins Blaue ausgezahlt? Bloß ein winzig kleines Gerät? Ich habe diese Titanen noch nie verstanden. Nun gut, wollen wir doch mal sehen, was dieser Piepser kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag.